Schuss Hallo meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu SpinDials zusammen mit den Profis auf Latt und zum Beispiel mit den Klingi, den Tino und den Werner Guten Tag! Hallo! Hallo! So, wird sein dass es da wird Ja Wie spät ist es denn hier? Da ist mein Klingi 2,45 Einfach dir hinterher Brauchst du irgendwas? Äh... Noch noch? Was? Meine Frau ist krass neben dir Und ich habe gesagt, da ist mein Klingi Und da hat sie mich angeguckt Hat ihre zwei Zeigefinger genommen Hat sie so aneinander gestopst Und hat gefragt, ob alles klar ist Aha Kennst du das Zeichen? Nimm mal deine zwei Hände Nimm mal, streck mal zwei Zeigefinger aus Und schnupst sie mal so gegeneinander Wahrscheinlich hat sie dabei noch gelacht wie sonst nichts auf der Welt Hast du das gemacht? Ne, ich kann nicht, ich fahre Auto Ich seh schon Ich würg meins grad ab Da haste Zeigefinger und dann aneinander so Ja Das ist das Zeichen für Ich weiß nicht, spruchte? 100 Punkte Ich hab einen elektrischen Schlag gekriegt Toll Bist du? Aber ich hab einen Kaffee gekriegt Von daher ist alles schon wieder vergessen Bist du hinten dran? Ja, oder? Ja Oh Die sehen mich? Tauche ein Boah, da sind wir wieder beim Thema, ne? Du kannst sie sehen, ich tauche ein Ich spüre es Ja Oh, ein bisschen Schaden Ja, das macht nichts Oh, du treibst ab, Alter, aber volles Rohr Gegenlenken Ich nicht Immer am Gas bleiben Ganz wichtig Immer am Gas bleiben Ja, immer am Ich hab doch hier noch meinen Punkt Und hier ist die Insel Und auf die fahr ich genau drauf zu Okay, das sah übelst strange aus gerade Ja, durch das Wasser, das schickt ein bisschen Oh, hier wird es ein bisschen tief Okay So, ich hab jetzt noch stolze 80 Liter Bist du noch hinten dran, ne? Ja Wunderbar, dann geht es weiter Das war da aus dem Zwischenpunkt hier die Insel Vorsicht, da könntest du ein bisschen, ne? Feuter die Feuter Ja Ah, so bist du ja Jo, schon abgeladen Ohne Licht nichts gesehen Jetzt echt hinten könnten wirklich ein paar Scheinwerfer dran sein Ja, das ist echt blöd Und die Kamera ist einfach immer mega crazy Aber das ist vielleicht nur extra zugemacht, dass es nicht ganz süß ist Naja, das kann schon sein, ja So eine Moralistic Kamera heißt das bestimmt oder so Da drüben ist schon unsere Straße Und dann geht es noch gerade da hin Ja, super Ja, die Map ist ja auch erst die zweite Das ist ein bisschen Kann ich ein bisschen... Kann ich ein bisschen... Jo, dankeschön Und Schaden Du hast ja alles mit, ne? Nur eine Sattelplatte, die hat 200 Punkte Ah, okay Mangelotte darf Wie auch da der Zusammenhang ist Oh, oh Ey, ich habe eine Sattelplatte, ich kann nicht immer wieder Ähm, so, was ist jetzt los? Wir warten auf die anderen zwei, ne? Ja, wir warten jetzt auf die anderen zwei, ja Gut Sind schon unterwegs So Aber ihr werdet nicht lange warten müssen Dann werden wir uns mal kriegen Ja, doch, da gibt es noch eine schöne Steigung Ach, pappalapapp, Mann Ich geh mal gucken, wo die sind Sag nicht pappalapapp, du hast das Ding schon leer geschmissen Das war nicht ich Das war der Anhänger, der mich hier, äh, dissen wollte Natürlich Ja Anhänger hat mich gedisst Also, der kleine Anhänger, ne? Klipswort Entweder ist das Ding, was ich hinten drauf hab, so schwer Da gefehlt sich den Dalko Naja Ja Ja, gut, Alter Weißt du, was der da hochziehen muss? Ja, aber da denke ich trotzdem, dass es heute schwerer ist Ist ja auch, äh, erster Gang, ne? Wer ist nicht Ne, ich bin jetzt Gang 2 Und ohne Allrad bleibt er stehen? Ne Wir drehen hinten schön die Ich wusste gar nicht, dass der nur zwei Achsen angeblieben geht Ja, doch War sie extrem Kraftstoff Ja, ja, klar Bauen wir richtig? Moment, ich halb kurz Oben oder unten ist ganz egal Ganz egal, was ihr macht Ja Bin noch recht Hört zu spät, jetzt bin ich schon hinten rum Alter Schwede, ey, erster Gang und jetzt aber Ja, du kannst ja auch einfach in der Automatik lassen, weil die Differenzialsperre ist eh immer drin Ja, Automatik kannst du definitiv lassen, ja, weil Ja, geht dann halt nicht ganz so schnell, ne? Weil es wie die 1 Plus ist, glaube ich, hier so wie die 3 oder so Ich muss ja ein bisschen Spritsparen da gerade fahren, ich muss mal den Allrad rausgenommen Achja, kommt doch schon immer entgegen Weil ich habe nämlich nur noch 90 Liter Ich hätte noch was Ja, noch habe ich Links oder rechts, Clicki? Bei der Gabelung Ganz egal Links fahren Das ist wurscht Kann ich hier mal ein Stück zurückschieben, ja, ne? Ich kann auch rechts fahren, oder? Ja, auch so Achso, davon geht es wieder zusammen, oder? Ja, deswegen Ach, da bist du, okay So, jetzt haut er mal die 3 rein, ey Jawoll Jawoll, oh So, dann schalte ich direkt mal auf 1 Plus rüber So, dann machen wir mal ein richtig Team mehr Clicki, ich stehe da Ja, direkt zwischen uns durch einfach Okay, kein Problem für mich 1 Plus Läuft Moinsen Moin Ja, Randy steht natürlich wieder mitten auf der Straße Ich habe es noch geschafft umzudrehen So, langsam umdenken Oh, da hat mir irgendeiner, hat mir der 500 Liter oder 450 Liter im Vorbeiflug reingeschmissen Das war mein Zeug noch, was ich noch hinten drin habe Jetzt bin ich leichter Alter, 65 Liter verbrauche ich gerade, leck mich am Arsch Allrad aus, was nimmt er da? 30, lol Das ist wirklich die Hälfte So, das sind aber auch die letzten Stämme hier Ich glaube, nächstes Mal fangen wir wieder mit kleinen Autos an Geht zu einfach, ne? Ja Ich bin voll drauf Die Map ist auch nicht schwer Moment, jetzt stehe ich Moment, das war der falsche, hier Ja Das schafft er nicht Dann müsst ihr auch mal ein wenig rollen Aber die Automatik ist egal Oh, jetzt aber Ja, der ist hier halt ein bisschen größeren Wendekreis, der Kleine Und Weiter Ach so? Ach so, die Mucke ausgekramt? Perfot Ist ja immerhin, 43 Minuten, aber ich hab das knapp 800 Liter durchgeballert Ja, ich 730 habe ich 750 Weil was wir machen können, wir haben ja noch Zeit, ne? Wenn wir einen nicht drücken, zum Hauptmenü was wir haben sind ja noch verdeckungen ich fahre auf alle fälle zum k700 noch runter schmeißen anhänger hier weg lol stimmt den möchte ich mir noch angucken den k700 ja wie ach so den anhänger kann schon einfach abhängen ja klar das ding jetzt und ja wenn die sprache kraftstöp das läuft glaube ich nicht so warte mal ich sehe deinen hänger nicht nicht schwarz ich sehe tankwagen aber die umrisse sind die von einem wenn er einfach hinter und so wasser oder vielleicht glaube ich müssen hier hier ich habe keine punkte man die hat die schatine gegeben aber den ersten mal weg braucht noch jemand drückliche reparaturpunkte bevor das lohnt ich habe 42 eigentlich ist okay ist dran da geht noch ein anhänger von manus rum lösen zack und mich jetzt mal fix zurück und rückwärts der wenn er der düste schon los als plus als bloß geben ja richtig du meinst der dritte gang in der automatik ist langsamer klicken was die 1 plus die rocken richtig durch und muss halt erstmal reinkommen ja aber das einfachste ist automatik warten bis er in der automatik in den zweiten schaltet und dann in die 1 plus jetzt ohne allrad fahr ich mit acht liter hier ne danke ja allrad aus ja sieben liter sechs liter nicht vergessen licht ausscheiden ach soja ach wo brauchst du es nicht 5 liter lol aber ich weiß immer noch die minute das ging gegen jägerstand hast du noch einen autobündig klick? ja ja vom lerner ich sehe ja du abgehölzt ich bin gerade noch gegen jägerstand gehölzt ich habe die erfahrung hier ne 1 plus und dann gib ihm wird noch mal kurz tief du musst abgas bleiben der ist einfach ausgegangen muss ich zurückkommen? ja du musst der ist ausgegangen Alter mach hin ja ich komm schon ich fress dir schaden ja ja na logisch ich bin unter dem Wasser warum ist meiner so weit abgetaucht und deiner nicht? also du bist genau hinter den Weg gefahren eigentlich ja ne ich sehe aber auch oh hier ist aber auch gefährlicher Wasserstand oi 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 au ne soweit schon am Montag nacht kriege ich Schaden ja dann lass 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 mach schnell 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 komm reicht schon willst du das? ja ich muss mal kurz zur Markierung sitzen zieh 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 go 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 ja 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 geht langsam aber geht jetzt ja stop oh Gott total schaden ja? ja ähm kannst du aber trotzdem weiterziehen? ja versuch mal rauszuziehen ja müsste langsam kommen oder? dauert immer ein bisschen ja jetzt gehen müsste auf alle Fälle wieder ja ich kann ja meine Winde auch glaube ich trotzdem oh da hinten ist Clicky hat noch ein paar Punkte für dich wahrscheinlich ja was? ich würde gerade hier Watttiefe ne wir haben hier äh einen Totalschaden ja aber erst mal rausziehen ne ja ist vorne ist vorne oben die Kabine ist raus ok sollte reichen aber gleich nur anschmeißen so kommt es schon mal reicht muss ja ein Stück wegfahren hier sonst hab ich auch gleich ein Problem oh ja er ist repariert worden jetzt hab ich aber auch nichts mehr ja er hat 800 Punkte oder so dabei da drin ich schon Volli alles klar dankeschön jo der ganze Schwung ist weg ja den kriegst du wieder macht das aber auch komisch meine Markierung geht nach links meine auch aber ich guck gerade dass ich hier im Flachen ein bisschen Schwung bekomme und jetzt kommen wir nach links Feinverwende hinterher in der Hoffnung dass es nicht macht ja immer voll am Gas bleiben ja ich geb schon Gas ich bin neben dir was weil das Rennen durch durch das lol ging schon wieder so ja alter Vater ey 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 äh rechts oder links vom Alter ist hier Strömung ja wow 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 aber krieg die Strömung jetzt ungefähr 150 Meter haben wir noch ja davon ist die Straße ok das war nicht von schlechten Eltern das war nicht von schlechten Eltern leck mich am Arsch ey oh oh äh wow das ist zwar eine Straße aber äh Werner wo bist du hin ich hab grad gesehen dass ich falsch fahr ich guck die ganze Zeit auf den Pfeil nach Norden nicht auf den roten oh rechts so dann fahr ich mal Clicky hin ey der sieht mir sehr professionell aus naja drunter ist er ja ich muss noch mal aus der 1-Bus raus das schafft er nicht da rein gerne und drunter ich glaube Randy ist am ehesten da naja hier sind zwei Bäume oh ja gib ihm rein da oh oh ich glaube wir haben gleich ein Problem ich gucke mal was wir machen oh oh komm schon komm schon Baby lol haben die das geändert oh 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 da ist ein Haus oh ich hab gerade 580 Schaden shit äh ready ich muss zurück bei mir fliegt ein Funken ich muss zurück bei mir fliegt ein Funken aus dem Auspuff und es knallt ja wenn er zu viel Schaden hat dann ist das so lol das sieht ja so eblich aus der hat ja so wirklich kein Kraftstoff das wird ein kurzer Spaß so das Schöne ist der hat auch glaube ich die richtige Innenansicht ne doch nicht das war der andere der gemottete oh nice du kannst mit angezogen Handbremse fahren oh der Motor alter der ist ja mega cool komm mir nicht mal raus oh gar kein Problem er kann aber nicht viel haben wir Sprit ne haben wir nicht Brandy hat ja zu entdecken stehen aber der ist auch mega beschädigt oder ja 480 bei mir hat er 463 Schaden bei mir 408 408 da ist Tine schon wieder irgendwo gegen kaum eingestiegen kaputt Moin 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 da hinten da hinten ist ein komischen Heber habe ich schon gesehen ja komm wo ich jetzt hier überhaupt hin vor lange geht es mir so nicht gut Leuglich was denn? wie zum Walder aus dem Wasserkorb ja so ich versenkt meinen jetzt scheiß drauf einmal rein hier irgendwo gibt es bestimmt ein Loch wo wir bündig mit dem Dach sind weil es hier quer rüber aber viel Power hat er auch nicht ne? ne das ist richtig aber da hinten ist Map Ende glaube ich ja so aber naja haben wir den auch nochmal gesehen und ich habe hier ein schönes Silvesterfeuerwerk bei mir aus dem Auspuffst da wahnsinn wie die Funken fliegen hey Wahnsinn guck Freunde dann würde ich sagen Daumenster lass nicht vergessen beim nächsten Mal wieder reinschauen auch gerne eure Map Wünsche in die Kommentare ne ja und dann beim nächsten Mal wieder Tschüss Tschüss Tschüss